50 Gründe für Neuwahlen. Stellt euch darauf ein. Es ist mit absoluter Sicherheit so, dass euer Leben nächstes Jahr noch mal deutlich teurer wird. Selten zuvor stand eine Bundesregierung vor einem solchen Scherbenhaufen. Die Wirtschaft auf Schrumpfkurs und Asylpakt Einbürgerungsgesetz vor dem Scheitern. Also Bitt nennt 50 Gründe, weil die Regierung ihre Versprechen bricht. Grund Nummer 1. Weil unser Finanzminister behauptet, Steuern zu senken, aber trotzdem neue Steuern beschließt. Auf Plastik, Kerosin, Ticketsteuer, CO2-Steuer. Das ist ja jetzt die letzten Tage rausgekommen. Weil diese Regierung steht vor der Pleite und sie versucht noch die letzten Tropfen herauszupressen. Und deswegen erhöht sie die Steuern, obwohl sie gesagt hat, es wird keine Steuererhöhung geben. Was zum Teufel ist in euren Kopf damals reingekommen, überhaupt erst diese Regierung ins Amt zu wählen? Stellt euch diese Frage. Welcher Wahnsinn hat euch umgetrieben, euer Kreuzchen bei einer dieser Parteien zu machen? Das ist doch die wirkliche Frage. Ihr habt sie ins Amt gehoben.